Wir suchen das schönste Goalie-Foto der Saison 12-13. Noch rund fünf Wochen, bis die ersten Teams wieder auf das Eis zurückkehren und die heiße Vorbereitungsphase auf die Neusaison eingeläutet wird. Um die lange Sommerpause etwas kurzweiliger zu gestalten, möchten wir die vergangene Saison noch einmal in Bildern etwas Revue passieren lassen. Unter allen Fotos unserer Fotografen haben wir 40 der schönsten Goalie-Fotos ausgewählt und bitten nun alle Leser, bei unserer Wahl zum schönsten Goalie-Foto der Saison 2012-2013 mitzumachen. Wie man mit abstimmen kann? Ganz einfach. Alle Fotos sind auf unserer Facebook-Seite zu sehen. Jeder User hat dort die Möglichkeit, mit einem Klick auf Gefällt mir seine Stimme abzugeben. Das Foto mit den meisten Likes ist am Ende der Saison unser Goalie-Foto der Saison 12-13. Hier ist schon einmal eine kleine Auswahl der zur Verfügung stehenden Goalie-Fotos. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018